100% fehlerfreie Easybau-Dateien. Das ist Piz von Bartauer. Ältere Formattypen sowie fehlerhafte oder unvollständige Dateien. Piz, das professionelle Easybau-Editier- und Transformationsstudio der Bartauer Software GmbH, sorgt für 100% fehlerfreie Easybau-XML-Dateien. Mit vier übersichtlichen Modulen. Navigieren, prüfen, editieren und konvertieren Sie. Lösen Sie Ihre Datenprobleme und sichern Sie Ihre Datenbestände. Mit Piz, für Sie und Ihre Kunden. Sehen Sie hier, wie Sie einfach durch Piz navigieren. Easybau-XML-Dateien sind unübersichtlich und unhandlich. Nicht mit Piz. Mit Piz können Sie jede beliebige Easybau-Datei, auch ältere Formate, in Sekundenschnelle ansteuern und Ihre Eigenschaften abrufen. Nachdem Sie die Dateien Piz geöffnet haben, haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Ansichtsformen. In dem großen Fenster in der Mitte sehen Sie die komplette XML-Datei im Texteditor. Die Objektnavigation im Fenster rechts oben zeigt abwassertechnische Objekte wie Haltungen und Schächte in Ihrer hierarchischen Form an. In der darunterliegenden Objektliste können Sie jedes Objekt und seine Unterobjekte anhand Ihrer Nummer abrufen. Die so gefundenen Dateien können auch im Texteditor angezeigt werden. Wenn Sie dort ein Objekt markieren, bekommen Sie eine detaillierte Übersicht über alle Attribute des Objektes. Sie erhalten Easybau-XML-Dateien und wissen nicht, ob diese dem Standard entsprechen? Was genau sind die Fehler und wo stecken sie? Piz prüft Ihre Daten auf inhaltliche Plausibilität und zeigt Ihnen das Ergebnis in einem übersichtlichen Fehlerprotokoll an. Durch Navigation im Protokoll können Sie an die entsprechenden Stellen in der XML-Datei springen und so die Fehler lokalisieren. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, die Ergebnisse der Prüfung als Excel-Tabelle abzuspeichern und auszudrucken. Sobald Piz für Sie den Fehler lokalisiert hat, können Sie ihn in der XML-Datei korrigieren. Die Angaben im Fehlerprotokoll helfen Ihnen dabei. Doch Piz kann noch mehr. Mit dem Modul Konvertieren können Sie andere oder ältere Dateiformate direkt in Easybau-XML-Dateien oder auch DVR-M150-Dateien umwandeln. Wählen Sie einfach die zu konvertierende Datei aus. Dabei können Sie selbstverständlich mehrere Dateien gleichzeitig auswählen und starten Sie den Konvertierungsvorgang. In nur wenigen Sekunden erzeugt Piz eine neue, fehlerfreie XML-Datei. Möchten auch Sie auf Nummer sicher gehen? Dann bestellen Sie gleich hier die Lösung für fehlerfreie Easybau-XML-Dateien. Piz von Barthauer Piz von Barthauer